Realitäts-Lock. Wen kümmert's? Wieso sollte ich diese Locks aufnehmen, wenn sie sowieso nicht zuhören? Wir haben die Kontrolle über den Nullpunkt verloren. Wissen Sie, was das heißt? Offenbar nicht, denn sie unternehmen nichts. Ich habe immer dem Orden gedient. Ihm alles gegeben. Und wofür? Um einfach zuzusehen, wie die Realität endet? Dafür stehen wir nicht. Oder zumindest ich nicht. Nicht mehr.